Heute machen wir ein relativ entspanntes Workout, also sehr, sehr low intensity. Wir machen einfach fünf Übungen. Die erste Übung sind Squats, die zweite Übung sind Russian Twists, die dritte Übung sind Back Extensions und die vierte Übung, fünfte Übung sind Side Plank jeweils. Immer 30 Sekunden, 10 Sekunden Pause und das Ganze für fünf Runden, also so ungefähr 16, 17 Minuten. Wird relativ entspannt vom Puls her, trotzdem aber bitte ganz sauber auf die Übungen achten, ausführungenauen Blick haben, schaut immer so ein bisschen drauf, wie ich das in der Vorschau mache. Und ansonsten, ich hoffe, ihr seid noch alle voll dabei und schafft auch immer eure täglichen Schritte. Ich habe da jetzt wirklich angefangen, darauf zu achten, dass ich einfach am Tag genug Aktivität reinkriege und nicht die ganze Zeit nur rumsitze und dann versuche, irgendwie in einem Workout alles wieder gut zu machen im Endeffekt. Ich hoffe, der Trainingsblog macht euch Spaß. Ihr macht die Übungen alle mit. Schaut auch immer mal auf der Website vorbei, was es dann neben dem Trainingsblog noch so für Workouts oder für Trainingsmöglichkeiten gibt. Hauts rein, lasst mir ein Gefällt mir da, Abo da und los geht's, ab ins Workout. 3, 2, 1, go! 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 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, go. 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 3, 2, go. 4, 1, go. 4, 2, go. 4, 1, go. 5, 1, go. 5, 1, go. 6, 1, go.